Es machte Spaß, Linda beim Erzählen zuzuschauen. Jedes ihrer Worte sprach sie mit einer schlafwandlerischen Selbstsicherheit aus, dass ich die ganze Zeit nur neidisch nicken konnte. Wobei ich natürlich versuchte, mein Nicken zustimmend und nicht neidisch aussehen zu lassen. Bei den Gangbang habe ich einmal mitgemacht. War dort zur Erfahrung nicht schlecht, aber nochmal würde ich es auch nicht machen. Mit all diesen Worten ließ sie mich allein in der tiefen Stille der Küche zurück und biss herzhaft in ihr Erdbeergrossant. Was ist denn nun los? Gehen Sie weiter! Gehen Sie weiter! Sie sind doch nur gebreitet! Wo kommt ihr her? Von der Stadt! Wir lassen uns nicht verführen, nur von den Unteroffizieren. Halt doch mal still! Das ist ja alles respektlich gleich aus. Ja, hier ist auch alles gleich. Dann musst du Englisch lernen, mein Schatz! Meine Güte! Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit! Ich erfülle deine Wünsche! Besuch mich im Chat! Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? 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 Bis zum nächsten Mal.